Spofanis Ferienprogramm digital! Na dann, schnell hin! Liebe Zuschauer, liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Eltern, herzlich willkommen zu Sport & Fun Digital, dem virtuellen Ferienprogramm von Spofanis. Heute ist Tag 4 und es ist der letzte Ferienprogramm-Tag hier in unserem Osterferienprogramm auf YouTube. Wir haben heute wieder ein spannendes Programm für euch vorbereitet, das stelle ich euch aber gleich vor. Davor noch ein kleines Anliegen. Und zwar habt ihr ja mitbekommen, dass wir gerne von euch, von euch Kindern, möchten wir Videos haben, wie ihr unsere Angebote, die wir jetzt hier auf YouTube vorgestellt haben, wie ihr das nachmacht. Postet es auf Instagram unter Spofanis auf unserer Facebook-Seite oder schreibt uns eine E-Mail spiro.spofanis.de und zeigt uns einfach, wie ihr das Ferienprogramm erlebt habt, was ihr gut fandet, was ihr nicht so gut fandet. Gebt uns Feedback, zeigt uns, was ihr davon nachgemacht habt und lasst uns einfach ein bisschen daran teilhaben. Genau. Heute finden folgende Programmpunkte statt. Zum einen gibt es nochmal zwei kleine Fitness-Videos von Corinna. Dann haben wir Basteln nochmal mit dem Kinder- und Jugendbüro. Solitär mit Svenja. Der FC Pascal macht mit euch Jonglieren und... Was war's? Das war's. Ah, das war's. Alles klar. Dann habt einen schönen letzten Tag. Was ich vergessen habe, heute um 13 Uhr gibt es noch ein mega krasses Spofanis-Special von allen Jungmitarbeitern und Mitarbeitern von Spofanis. Als kleines Dankeschön für die Zuschauer, die uns jetzt die ganze Woche verfolgt haben, haben wir ein Video gemacht. Lasst euch überraschen. Es ist richtig gut geworden. Es ist einfach was zum Lachen. Von dem her genießt jetzt den Tag und wir sehen uns nachher um 13 Uhr zu unserem Special-Video. Viel Spaß!